Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Der DreamTax ist immer noch nicht da. Der ist aber auch nicht bei PSN Online, also bei ihm mit dem Internet, da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Moment, er hat zwei Nachrichten geschickt. GTA Online, möchtest du annehmen? Bist du... Ne, das ist was anderes. Scheiße. Also irgendwie stimmt bei ihm gerade etwas mit dem Internet nicht. Nicht gerade geil. Stress auf dem Dach schon wieder. Ne, ne. Sorry Bruder, aber ich habe hier gerade Besseres zu tun. Wichtigeres zu tun. Äh, ach ne. Einzahlen wollte ich, genau. Scheiße. Ich will das jetzt einfach mal mit aufnehmen, damit ihr auch mal seht, was für, äh... Problem jetzt dahinter stecken. Verdammt, wo ist der denn jetzt? Das blöde ist, mein Handy wird gerade aktualisiert von Android. KM-Firmware-Update. Ist der DreamTax hier in der Gruppe noch? Nein. Okay, also der DreamTax hat sich komplett verabschiedet. Der ist weg. Ich rufe dir mal gleich an, was da los ist. Wenn mein Handy aktualisiert hat. In der Zeit fahre ich mal ins Apartment. 61%. 61%. Verdammt. Debruce2000 hat den leichtesten Ausweg gewählt. Tja. Das passiert halt. In der heutigen Welt. Und das wäre jetzt blöd, wenn der DreamTax jetzt weg wäre. Das Lustige wäre jetzt noch, wenn er immer noch bei Skype, äh, die ganze Zeit guckt. Hä? Was? Wo ist der? Hä? Wo der noch die ganze Zeit redet und nicht merkt, dass ich weg bin. Beziehungsweise, dass er weg ist. Ich sehe es gleich wieder kommen. Warum bist du offline gegangen? Nein. Nein. So. Stellen wir mal das nette Auto in die Garage. 72% verdammt. Crazy Jessie 123. Wer ist sie? Level 46. Na. Ne, ne. Hoppla. Falsch rum. 75%. Verdammt. Ja, ja. Dacer wurde zum Psychopathen. Cool. Ja. Scheiße. Valentin 4829. Der Sarraza ist da. Hey, Walle. Walle, 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 Walle. So. Ne, lieber auf die Beach gucken. Skylar, 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 Skylar. Ah, schön. Ja, was machen wir jetzt? GTA Online alleine spielen ist schon ein bisschen kacke, ne? Hinsitzen. Mach die Glotze an. Mal sehen, was da läuft. Yay, Cartoons. Hey, ihr seid ihr seid für moviewerk? Wir losin' money. Das ist... Advertising money. Ich bin kein sitting bull, Big Chief Pilot Cash. Ich bin Gordon Moorhead, Crimefighter, und ich bin hunting commies, see? Ha! Ich wusste es. Das sind nicht meine. Das sind nicht meine. Das sind die Maintenance Man. Unlöslich story. Blame die Honest Poore. Ich bin sorry, Herr Zellder. Ich vergesse meine Artificial Hand. Du slipped bei this time, aber ich bin überzeugt. So. Das ist genau wie Supertalent. Hä? Ah, ja. Garagentor. Ah, das fuckt ja gerade so ab. Ja, mein Handy startet neu. Super. Ich hab draußen irgendwas gehört. Ihr habt's ja auch gerade gehört. Ah. Oh. Das Auto sieht aber auch nicht mehr so nice aus. Na, komm, Handy. Mach schneller. Sonst bist du doch auch immer so schnell. Mh. Wo's denn der Walle? Samy ist da keine Frau in der Lobby. Oh, komm. Dieses Handy braucht ja ewig gerade. Der ist ja immer noch offline. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich muss da mal gleich nachhaken. Geh gleich weiter. Scheiße. Android wird aktualisiert. App 10 von 154 wird optimiert. Ich hab 150 Apps auf dem Ding? Krank. Aber davon benutze ich nur drei. Keine Pause während dem Aufnehmen. Momento Titanfall hochladen. Samstag der 14. ist heute. Toll. Zum Glück passiert das nicht gestern, weil gestern war ja Freitag der 13. Der Pechtag. Was mache ich jetzt? Dafür lohnt sich Skripte schreiben. Jetzt wüsste man, was man zu tun hat. Na komm, rauchen wir mal ein bisschen. Rauchen ist schlecht. App 88 wird optimiert. Ei, ei, ei. Ich hab übrigens keine Haare mehr. Hä? Ich hatte doch eben noch Haare. Guter Stoff. Wo sind meine Haare hin? Toll. App 140. Gleich geschafft. So, lege ich den Controller mal hin. Ich hoffe, das vibriert jetzt nicht, wenn ich irgendwie eine Nachricht bekomme. Hm. Scheiße. Das passt gerade gar nicht, ey. Jetzt installiert er noch die Anwendung. So, was ist denn mit dem Handy los? Ja. Ah. So. Hat sich irgendwas geändert vom Design? Nein, absolut gar nicht. So, das gäbe er selber noch nicht da. So, ich ruf ihn mal an. Der kleine Stricher geht einfach offline. Ich hoffe, der geht jetzt auch an sein Telefon. Weil das macht er nämlich sehr ungern. Zu laut. Hm. Hier geht nicht ran, natürlich. Komm schon. Fuck, fuu. Ja, was mache ich jetzt? Das ist jetzt so eine typische Situation, wo du dir denkst, scheiße. Fuck. Mann, das passt jetzt gar nicht. Hm. Ich muss ja noch die Folge irgendwie was machen, ne? Oh, Mann. Ich höre die ganze Zeit, ob irgendwie was von Facebook gerade rüberkommt oder sowas. Hm. In Nachricht? Ne, will ich nicht. Fuck. Also, ich bin jedenfalls noch online, weil sonst könnte ich ja nicht spielen. Ja. Gut, dann beende ich jetzt erstmal die Aufnahme. Entschuldigung, für die, ich sag mal, für das Problemchen. Und ich gucke mal, ob der Genetext irgendwie noch erreichbar ist. Das ist gerade richtig übel, scheiße, kacke. Mann. Ich gucke mal, 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 ich Vielen Dank.